ein wunderschönes frohes neues jahr mein name ist san lp und heute möchte ich euch einfach mal zeigen wie ich mein silvester verbracht habe 321 viel spaß ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 WDR Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Der war laut und schön. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Wow! 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 Ich denke mal, es ist ganz cremig rübergekommen. Auf jeden Fall wollte ich noch in dieser Folge auch über die Pläne 2015 sprechen. Ja, ich weiß es, am Ende dieser Folge, vielleicht haben die meisten schon ausgemacht, ich weiß ja nicht, aber trotzdem... Der Kuchen ist eine Lüge. Oh, das war ein Dichter. Es wird ein neues Projekt geben und zwar Portal 1 wird am 5.01. das erste Mal ausgestrahlt und dann jeden Montag, Mittwoch, Freitag. Kann ich nicht. Kann ich nicht. Oh mein Gott, pass auf, geht da nichts runter. Natürlich wird das. Natürlich wird das Let's play together. Natürlich wird das Let's play together, Teforestos nicht unterbrochen. Auch das wird am 6.01. weiterlaufen, dann immer Dienstag, Donnerstag und Samstag. Wow! So, dann gehen wir jetzt in dem Haus rein. Schlitten mit Geschenke und nochmal Mini Schlitten, so als Reserve. Und natürlich darf Troof im neuen Jahr nicht fehlen. Wir werden Clubwelten angucken, alle weiteren Charakterklassen wie zum Beispiel den Neon Ninja anschauen. Wir werden außerdem gemeinsam wieder Shadow Arenas machen und 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 und. Und im neuen Jahr gibt es einen neuen Endscreen. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn noch Fragen sind, teilt es mir in den Kommentaren mit. Ansonsten sehen wir uns in einem meiner nächsten Folgen. Ciao!